Knoblauchzehe 1 Esslöffel TK-Kräutermischung 1 Esslöffel weiche Butter, Salz frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 2 dünne Schweine-Rücken-Steaks, 100 Gramm zu, eine türkische Lira Olivenöl, 2 Esslöffel grüne Oliven, entsteint eine türkische Lira K-Pern, 2 Scheiben Baguette, W-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Zerdrücken an Schlie, Vieh, in Hacken und mit den Kräutern unter die Berühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken Ski-Rücken-Steaks, kräftig mit Salz und Pfeffer trürzt zählen, einer beschichteten Pfanne Olivenölkach und die Steaks von jeder Seite etwa eine Minute anbraten. Olivenhacken und mit den Kappeten Pfanne geben. Pfanne vom Herd nehmen, die auf einen Teller legen und die Butter daraufkel mit P.G. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Hähbackofen A220C Klammer auf Ober- und Unterhitze Klammer zu Vorheizen Die Schweine rücken Steaks mit Salz und Pfeffer würzen Und jeweils mit einer Sche Bacon umwickeln Wie oben beschrieben Klammer auf in einer Ofen fester Pfanne Klammer zu Braten Je eine Scheibe Cheddar Daraui und Irnbackofen Auf dem zweiten Einschub vorhoben Etwa 2 Minuten Bratinieren die Preiselbe Klammer auf in einer Ofen fester Pfanne